Wenn die Natur verrückt spielt. Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen und Lawinen. Alle Schäden, die durch diese Naturgewalten entstehen, nennt man Elementarschäden. Und welche Versicherung zahlt, wenn etwas passiert? In dem Fall greift die Elementarversicherung. Diese kann aber nur als Zusatzbaustein der Wohngebäude- und Hausratversicherung abgeschlossen werden. Wenn ihr diesen Baustein nicht habt, ist euer Haus oder eure Wohnung bei diesen Naturereignissen nicht abgesichert. Informiert euch am besten mal auf unserer Website.